Polizeiberichte Berlin, 18. Februar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Kinder und Jugendliche bei Unfallverletzt Nummer 0232 In Langwitz verlor gestern Morgen ein Autofahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall, bei dem eine heranwachsende, zwei Jugendliche und zwei Kinder verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 75-Jährige gegen 7.45 Uhr mit seinem Audi von der Paul-Schneider-Straße in Richtung Leonorenstraße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr er bei Rot ungebremst in den Kreuzungsbereich. Für Fußgängerinnen und Fußgänger zeigte die Ampel bereits grün, sodass mehrere Personen bereits die Fahrbahn überquerten. Der Audi erfasste eine heranwachsende, zwei Jugendliche und zwei Kinder, 18,16,16, sechs und vier Jahre alt. Eine 16-Jährige sowie die beiden Kinder kamen aufgrund der erlittenen Verletzungen in Krankenhäuser und wurden dort stationär aufgenommen. Die beiden anderen Jugendlichen mussten nicht behandelt werden. Der Audi stieß außerdem mit dem Fahrzeug einer 47-Jährigen zusammen. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt, an dem Wagen entstand Sachschaden. Auch der 75-jährige Unfallverursacher muss stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Bis 10.40 Uhr kam es zu Sperrungen. Bericht, Auseinandersetzung vor Club. Nummer 0233. In Charlottenburg wurde in der vergangenen Nacht ein Mann durch Messerstiche verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wollten kurz vor einer Uhr vier Männer, darunter der später niedergestochene, einen Club in der Joachimsthaler Straße besuchen. Sie sollen beim Eingang aggressiv und aufdringlich aufgetreten sein und wurden von mehreren Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes abgewiesen. Daraufhin soll sich zwischen den beiden Gruppen ein verbaler und dann körperlicher Streit entwickelt haben, an dem sich im Verlauf nach den bisherigen Erkenntnissen auch zunächst Unbeteiligte beteiligt haben sollen. In dem Handgemenge erlitt ein 25-jähriger Stichverletzungen am Rumpf und am Arm. Alarmierte Einsatzkräfte trafen vor der Diskothek auf den stark blutenden Verletzten und leisteten erste Hilfe. Hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den 25-Jährigen nicht bestanden haben. Derzeit ist noch nicht klar, wer den Mann verletzt hat. Die Ermittlungen zu den an der Auseinandersetzung Beteiligten dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2, West, übernommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017